Na gut, oh Gott. Invasion der... Ach nee, das sind die Ice-Konshu. Ja gut, die müssen wir kurz erledigen. Stimmt, die haben wir auch noch gar nicht gesehen. Weil die jetzt sind bestimmt auch nochmal extra drin, oder? Das ist ja cool. Guck mal, dein Arm dessen. Na Habra, echt jetzt? Das sind doch wahrscheinlich die beiden. Ja, die fehlen. Na Habra grün und... Huch, kurzer Leck. Na Habra grün und das Konshu blau. Okay, schön. Dann haben wir hier doch die beiden fehlenden Monster. Eine Fliege und ein Konshu. Wie gesagt, eigentlich das Abendessen für Iron Man jetzt. Konshu macht ja Technik. Also da mit Kraft drauf und die Fliege. Keine Ahnung, auch Technik. Beschützende Schild und Giftdrüse. Giftdrüse hört sich gar nicht so schön an. Oh, achso, du hast Pick, Pick, Pick gemacht. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Wobei, es hat gereicht. Ne, ich glaub, es war sogar bloß ein Geschwindigkeitsangriff. Eine Giftdusche. Angriff Minus. Nein. Zack, voll weggehauen. Okay. Ja, ein Feuerball ist sehr notwendig, ne? Warte, warte. Der Angriff des Verbündeten. Ich weiß nicht, ob das auf eine Angriff zählt. Wir machen es auf jeden Fall mal. Nein. Du Idiot. Schade. Na gut, toll. Und trotzdem wächst's. Ach, 99 Schaden. Das müsste reichen, ja. Okay, nice. Haben wir die beiden erledigt. Das war nicht wirklich schwer. Aber schön, dass wir das gefunden haben. Wie gesagt, das waren die beiden Monster, die noch in der Liste gefehlt haben. Prima. Die anderen kommen dann erst später. Konchu-Panzer, Nehabra-Panzer und ein bisschen Müll. Perfekt. Hat sich das gelohnt? Und dann holen wir uns jetzt nochmal einen Langombi. Weil, den haben sich ja doch schon einige gewünscht. Und da kann ich dann theoretisch gleich nochmal ein... Es ist so süß, wie der Kutku läuft. Ich mag den Kutku ja sehr als Reittier. Ist ein sehr angenehmes Reittier und sieht niedlich aus. Aber den haben sich ja ein paar Leute gewünscht. Und deswegen kann ich da gleich nochmal ein weiteres Monster theoretisch einem geben. So. Ein Blutstein. Okay, das sind wieder für Quests, wo wir... Los, Blitzkäfer. Nein, keine Bitterkäfer, Mann. Ach, ich werde das nie schaffen. Ist einfach unmöglich, hier diese Sachen zu holen. Diese Käfer. Es gibt aber so wenig davon. Ja, 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 ja. Ah, da ist es. Zweiter Erz. Ich habe doch gewusst, dass noch irgendwas fehlt. Tempoabwehr. Nein, nicht der Kampfbeutel. Ausrüstung. Zubehör. Seht ihr durch Geschwindigkeitsangriffe erlitten im Schaden leicht? Nee. Erhöhter Angriff ist da... Nein. Ich will den Angreifenden. Erhöhter Angriff ist da schon besser. So, absteigen. Und jetzt. Was bekommen wir von Ei? Dieses Schnarchen, ne? Okay, es ist eine Reißzahnbestie und pink mit, mit orangenen, ähm, mit orangenen Sternen. Das könnte es, das könnte es sein. Die Frage ist jetzt halt, ob wir den Langombi noch erledigen. Ich meine, jetzt haben wir alles gesehen, was wir wollten. Naja, das passt. Wie gesagt, wir haben die drei neuen Fähigkeiten gesehen von den Monstern. Jetzt fehlt eigentlich bloß noch der Zamtrios. Wir brauchen echt nochmal ein Zamtrios-Ei. Davon habe ich bisher noch gar keins gesehen. Verlassen. Hm. Da müsste ich dann, glaube ich, echt mal... Ich meine, jetzt war es ein Langombi-Bau. Da war es Blödsinn gewesen, nach was anderem zu suchen. Aber wir müssten vielleicht mal wirklich dann ein bisschen mehr rumkramen. Jetzt, wo wir wissen, dass wir auf jeden Fall nochmal ein Ei überhaben... Das ist schon wieder ein Langombi. Jetzt, wo wir wissen, dass wir auf jeden Fall ein Ei überhaben oder ein Monster überhaben, können wir zum Beispiel jetzt in den Bau reingehen und dann so lange rumkramen, bis wir mal so ein Amphibien-Ei finden. Wie auch immer das aussehen wird. Okay, was haben wir hier? Vielleicht nochmal ein paar Käfer? Weil wäre echt cool, wenn wir die Quests dann auch gleich noch abgeben könnten. Das ist ein Bulldrom wieder. Die sind ja echt häufig vertreten, ne? Ich meine, wir können ihn ganz locker platt machen. Und weiter, 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 weiter. Perfekt. Wir haben halt gerade nicht die Gruppe, die ich gerne haben will. Das ist schön. Jetzt haben wir so gezeigt, was die Monster so können. Jetzt kann ich ja wieder meine Gruppe nehmen, mit der ich dann auch den Ketsu platt mache und so. Und da wird der Langombi... Tut mir leid an alle Langombi-Fans, aber da wird der Langombi definitiv nicht dabei sein. Dann haben wir gleich schon wieder einen Bulldrom. Es ist echt unglaublich. Aber jeder Monsterbau bedeutet auch einen Käfer. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Sache. Zack, Blitzkäfer! Yes! Wenigstens mal einen. Auch wenn, naja, der zweite wahrscheinlich noch ein bisschen auf sich warten lassen wird. Wir werden sehen. So, jetzt versuchen wir doch mal... Wobei, hier bekommen wir dann wahrscheinlich am ehesten Bulldrom raus, nicht wahr? Das ist ein Pflanzenfresserei. Ah, das haben wir auch schon. Das ist tatsächlich sogar ein bekanntes Ei. Okay. Das ist ein unbekanntes Ei, aber... Das ist halt auch die Frage. Machen wir nochmal weiter? Wie sehen Amphibien aus? Das sind ja keine Pflanzenfresser. Ich meine, das hatten wir auch noch nicht. Doch, das hatten wir schon mit, oder? Aber jetzt bin ich mir nicht sicher. Aber ich will es trotzdem nicht haben. Ein gutes Ei. Oh. Durch nach nichts langweilig auch ziemlich... Oh. Okay. Die vertikale Streifen. Aha, das müssten Amphibier sein. Oh Gott. Das ist wach. Und wütend. Da ist noch ein Schmetterling. Verdammt. Ah, den habe ich nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass es hier zwei Schmetterlinge gibt. Das könnte schief gehen. Okay. So, na, Dicker. Wie geht's? Lass mal... Hallo? Kannst du mal meinen Dings? Danke. Wolltet ihr einfach so meinen Kutku angreifen? Mein armer Iron Man. Na gut, damit sollten wir die Amphibie haben. Oder? Gefrorenes Amphibien Ei. Sehr schön. Na also. Und damit gehe ich mal stark davon aus... Oder damit gehe ich mal... Ja, stark davon aus, dass wir jetzt auch wirklich jedes Ei haben. Das war richtig dämlich, da jetzt aufzusteigen. Ich hätte einfach davonlaufen sollen. Na gut. Dann machen wir halt nochmal kurz die Zermieten platt. Nicht mit dir, sondern wir machen einfach den absoluten Overkill. Obelix. Der wird hier jetzt ordentlich aufräumen. Aber er tut mir so leid. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, du erledigst einen so, oder? Ah, wobei. Nicht, wenn er die Konfrontation nicht gewinnt, oder? Wir werden sehen. Er hat halt einen maximalen Angriff. Ja, wow. Er macht ihn halt mit einem Schlag platt. Es ist, wie gesagt, echt übertrieben. Was Obelix drauf hat. Ja, ja. Oh, diese Zermieten brauchen so lange. Das ist halt echt das Ätzende an denen. Dass sie halt doch sehr lange brauchen, um ihre Effekte zu machen. Na gut. Das ging sehr schnell. Genau deswegen will ich Obelix auch im Team haben. Er ist einfach, ja, wie gesagt, so eine gewisse Glaskanone. Aber er kann halt auch so bestialisch die Monster erledigen. Und wenn die dann halt gar nicht dazukommen, ihn anzugreifen, dann ist es halt auch nicht schlimm, dass er so wenig Verteidigung hat. Von dem her mag ich das schon sehr. So, jetzt würde ich ganz gerne nochmal kurz zurück zu den Fels... Wobei, zu den Felsbädern ist die eine Sache. Ich würde aber ganz gerne den zweiten Käfer noch mitnehmen. Die Frage ist natürlich bloß, wo ich jetzt so einen Blitzkäfer herbekomme. Dafür muss ich nochmal ein paar Eier plündern. So blöd es jetzt halt ist, aber da ist die eheste Chance, an zwei Käfer zu kommen. Diese Quests, ne, aber ich will sie halt abschließen, sind halt diese Nebenquests von den, ähm, von den Jägern. Und das sind ja keine, keine Nebenquests am Festbrett, sondern hier in dem Gebiet. Und dann, die kommen wir ja, denke ich, nicht mehr so leicht dann ran. Außerdem können wir uns hier ja jederzeit wieder Talismanne holen. Und Blutsteine von mir aus. Ja, wie gesagt, Talismanne gibt es hier ja auch immer wieder. Und die will ich natürlich auch nicht müssen. Ein Blitzkäfer, na also. Hat sich schon erreicht. Äh, schon gelohnt. Hat sich schon erreicht, ja, ne. Was war eigentlich die dritte Quest? Na, Gombi, ja komm. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es gerade eben nicht. Ponderhügel, was ist denn das da? Ach so, fertig. Ja, okay, klar. Ich dachte gerade so, hä, haben wir die nicht alle schon gemacht? Das waren nur die beiden. Ach, die einen haben wir ja schon direkt abgegeben. Genau, stimmt ja. Okay. Passt. Perfekt, können wir die da gleich noch abgeben. Dann holen wir uns jetzt hier noch kurz ein Ei. Käfer können wir uns hier ja trotzdem holen. Ach, das ist nicht immer gleich. Das war, wow. Okay. Das war bloß an der einen Stelle waren zwei Käfer. Okay. Aber da können auch Pilze sein. Na gut. Ähm, du bist Geschwindigkeit. Das ist ja richtig so, oder? Genau, genau. Also, dass ich da als Technik einsetze. Weil du bist eher Geschwindigkeit. Ich hoffe nur, dass du jetzt keinen Kraftangriff machst. Perfekt. Du bekommst jetzt ordentlich ins Gesicht. 180 Schaden. Genau so viel. Na ja, du probierst es nicht nochmal. Dann kannst du gleich einen Feuerball raushauen. Du wirst eh schnell genug wieder die Bindung bekommen. Ich mach... Das ist eine Reißzahn-Bestie. Ja, genau. Also. Habe ich das hier raus? Du kannst mich mal mit deinem Schneeball. Oh, 95 Schaden. Ja, der Schneeball. Komm. 20 Schaden, meine Güte. Da bekommst du 92. Kraftklash-Solzig. Easy. Oh. Oh. So viel zu easy. Der war nicht wirklich easy. Interessant. Okay, du machst schon einen Feuerball. Dann mache ich doch nochmal die Reißzahn-Bestien. Reißzahn-Bestien-Jäger. Das ist eigentlich echt ganz cool. Das zu haben. Wenn man halt wirklich oft gegen Reißzahn-Bestien kämpft. Und das war's. Na, also. Kein wirklich schwerer Langombi. Und dafür gibt es ganz gute Erfahrungspunkte. Oh, sogar ich bin mal wieder ein Level aufgestiegen. Na, also. Vielleicht bekomme ich auch mal wieder irgendwann eine Fähigkeit. Wäre auch ganz nett. Ja, wir werden sehen. Oh, hi. Wir werden sehen. So. Jetzt holen wir uns das, was es hier noch so gibt. Das haben wir schon. Dorthin ist auch kein Käfer. Oh, das ist. Ah, doch da. Und das ist ein Bitterkäfer. Die sind ja irgendwie auch irgendwie. Also, die sind ja irgendwie auch zuhauf. Diese Bitterkäfer. Aber man braucht sie ja auch zum Craften. Deswegen gar nicht mal so verkehrt. Das ist halt echt nur ein bisschen fies, dass sie halt doch sehr selten sind. Also Käfer allgemein. Ja, und da, wo jetzt die Pülse sind, war davor ja nochmal ein Käfer. Na gut. Holen wir uns dann ein weiteres Ei. Das ist ein Pflanzenfresser. Ne, wenn, dann würde ich mir eher ein Dings holen. Wenn, dann würde ich mir eher nochmal eine Reißzahn-Bestier holen. Das ist schon wie eine Amphibie, aber dieselbe. Das gleiche Ei nochmal zu holen ist ja Blödsinn. Also, mir hat noch nie jemand gesagt, dass jemand ein Zamtglösser haben will. Wow. Okay. Ah, wobei, wobei. Ne, orangene Streifen. Hm. Sieht interessant aus, ist aber trotzdem ja wieder ein Pflanzenfresser. Ach komm, was ist denn los? Aha. Ja, das ist so dieses Kastanienbraun. Aber grau. Hatten wir bisher auch noch nicht. Das nehmen wir. Ah, ja, okay. Es sind eh alle weg. Dann passt's ja. Perfekt, dann haben wir nochmal ein paar Eier zum Ausbrüten. Und dann können wir die Quests abgeben. Und wir können, äh, lernen's theoretisch auf den Ketsu vorbereiten, wobei ich nicht weiß. Ah, wobei, Ketsu könnten wir theoretisch heute noch machen. Schauen wir mal. Ich nehm bloß nicht dieses komische Gensubjekt mit. Eine simple Reise am besten hier. Ja, wir werden sehen, welches es ist. Äh, okay. In welche Richtung will ich jetzt? Ich will eigentlich ja da drüber. Und das Blöde ist, wir können da noch nicht so leicht drüber. Wir müssen jedes Mal noch über das Gebiet hier gehen. Hier hatten wir ja keine Quests. Das heißt, wir können einfach direkt hier entlang. Das könnten wir eigentlich ja auch mit... Ich meine, er ist nicht wirklich schön zum Reiten. Aber wenn wir mal den Ansturm machen... ...dann sollten wir doch relativ schnell vorankommen. Wenn wir nicht in irgendwelche Monster reinrasen. Wir müssen hier rüber, nicht wahr? Genau. Genau. Okay. Aber das geht doch relativ schnell. Also ich würde sagen, schneller reisen geht nicht. Und abbiegend. Komm schon. Ach, okay. Von mir aus. Und jetzt hier nochmal entlang. Wenn wir mal mit sich jetzt so hier da drüben... ...den Hintergrund... ...noch mal Pause. ...den Hintergrund so anguckt... ...das ist ja schon... Gut, okay. Das ist Hälfte... Die Hälfte davon ist auch noch Karte, klar. Aber den Hintergrund anguckt... ...und... ...jetzt das hier anguckt... ...wo man ganz... ...wo man ganz deutlich sieht, dass es einfach bloß ein 2D-Bild ist... ...das nicht mal schön gezeichnet ist... ...da muss ich sagen, bin ich doch etwas enttäuscht. Von dem Kartenübergang. Da hätte man doch wenigstens... ...oder hätte man doch schwarz gemacht oder sowas. Aber nicht bloß so ein billiges Bild. Weil, wie gesagt, ansonsten sehen die Hintergründe echt schön aus. Also die Hintergründe sind an sich nicht Hintergründe... ...sondern... ...alles wirklich schönes Gebiet... ...wo man auch sehr schön in die Ferne schauen kann. Nur das ist halt echt ein bisschen schwach, finde ich. Wie gesagt, das ist mir ja vorhin schon aufgefallen... ...und das ist einfach bloß so eine Wand... ...wie so ein Pappaufsteller theoretisch... ...der da steht. Ein bisschen... ...ja, ein bisschen traurig. Das ist da so wenig... Ist das hier auch so? Na, da sieht man es halt nicht so unbedingt. Da ist es theoretisch auch so. Na, da sieht man es halt nicht... ...weil der Feldspalt so klein ist. Also das hätte man definitiv schöner machen können. Ähm, okay, wir haben ja gar kein Monster. Nee. Na gut. Gehen wir die Quest ab. Mal schauen, ob die nochmal eine zweite Quest für uns haben. Die meisten haben es ja. Wobei, der eine Typ hat dann auch nicht nochmal eine zweite. Na, wir schauen mal. So. Ja. Ja, sie funkeln und glänzen so schön. Sie sind perfekt. Danke dir. Immer wieder gerne. Und ein Kronkorken. Moment, ist das doch Müll? Ja, ich weiß noch nicht ganz, was wir damit machen. Dein schönster Schatz, ja? Und du willst deine Zermiten haben. Ich sollte jetzt mit meiner Quest fortfahren können. Oh, meine Hüfte tut mir immer noch etwas weh. Ja, okay. Aber rasche Rezepte. Pilzen, Larven, Eintopf und Zungen, Tomatensalat. Ich fange sofort mit meiner Arbe dann. In einer Minute. Oh, meine Hüfte. Ja, und da kommt jetzt eine neue Quest dazu. Ach, von ihm nochmal? Ach, sah so aus, als hätte der jetzt eine Quest. Aber es ist einfach eher nochmal. Lass mich raten, du willst jetzt einen Zamtrios-Jagd haben, oder? Danke, dass du die Zermiten erlegst. Jetzt kann ich mit meiner Arbeit weitermachen. Meine wahre Mission ist erledigen eines Zamtrios. Du bist so durchschaubar. Der als der Wechselbalk bekannt ist. Wobei er das ja gar nicht kann, ne? Sich aufblähen. Hat mich auch überrascht. Nun ja, ich breche nochmal auf. Oh, jee. Mir ist ganz schwindelig. Ja, ja. Großschwertfokus. Ah. Er lege den Wechselbalk. Ach, das ist ein besonderer. Zurück ins Wasser. Okay. Es tut mir wirklich leid. Kannst du mir helfen? Ich bringe dir diese Großschwertfähigkeit bei. Er ist stärker als ein normaler Zamtrios. Hüte dich vor seinen Angriffen. Es ist ein Technikmonster. Das heißt, wir könnten ihn mit Obelix angreifen. Wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert, ist er instant down. Wenn es nicht funktioniert, dann bekommt Obelix ordentlich auf die Fresse. Das sind unsere beiden Optionen. So. Dann machen wir das D noch platt. Das ist doch ein ganz schöner Abschluss. Okay. Wo befindet sich der Wechselbalk? Dort hinten. Das heißt, wir... Ja, genau. Wir nehmen gleich dich. Dann probiere ich es einfach mal. Ich glaube, ich kann hier aber nicht runterspringen. Oh, doch. Oh, Gott. Das dort hinten müsste er sein. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wie komme ich ja nicht ran? Ach, ich muss da echt übers Dorf. Na dann. Einmal Vollgas ins Dorf. Dort entlang. Und hier so rüber. Ne, das geht nicht. Ich könnte aber früher schon das Rennen abbrechen. Dann geht das auch. Ich meine, man kann ganz gut mit ihm reiten. Es geht schon. Aber es gibt immer noch angenehmere Monster. Weil die stampfen dann halt nicht so. Aber ich will ihn jetzt halt gar nicht mehr behalten, damit... Oh, legendärer Monsterbau. Oder halt seltener. Da muss ich rein. Weil da gibt es so gute Monster manchmal drin. Das wäre eigentlich echt schade drum. Da jetzt nicht reinzugehen. Okay. Seltener Monsterbau. Machen wir das noch. Und wie gesagt, dann erledigen wir noch den Wechselbalk. Und dann passt da so... Bulfangus. Ein Bouldrom. Alles eigentlich relativ uninteressant. Ich bin gerade immer noch in Angriffslinie. Ja, okay. Das ist ja voll der Eistunnel hier. Das ist cool. Das Gebiet oder der Monsterbau gefällt mir. Ich meine, ist jetzt nicht so super spannend. Aber ist auf jeden Fall mal was anderes als bloß so eine Eishöhle. Und es ist noch nicht vorbei. Ah ja, hier war aber schon... Hier waren wir schon öfters, wenn ich es richtig weiß. Bloß das eine Mal waren hier Unmengen von Conchus. Und diesmal sind bloß zwei Bulfangus da. So, Spinnennetz. Perfekt. Kann man später auch mal ein paar Fallen machen. Und dann gehen wir jetzt ins Nest. Ja, okay. Da bin ich jetzt mal gespannt, was wir hier rausziehen. Ich habe gar kein gutes Gefühl bei der Sache. Das heißt, dass da schnell was kommen wird. Aber wir sind eigentlich auch bloß wegen den Eiern hier. Okay, jetzt muss ich ganz genau darauf achten, was er dazu sagt. Das heißt, das ist ein Ei-Typ, den wir noch nie gesehen haben. Vor allem, es ist, ähm, es ist ein neuer Ei-Typ. Es ist, es mieft. Und 100% normal. Das heißt, gar nicht schlecht schwer. Also mittelschwer. Und hat ziemlich gute Dings. Ziemlich gute Werte. Das nehme ich mit. Das muss irgendwas ziemlich Gutes sein. Jetzt bin ich mal gespannt. Vor allem, was ist das? Es gibt ja also doch noch ein Monster, das wir noch nicht kannten. Eine ganz neue Spezies. Weil gerade eben hatten wir schon die Amphibien. Was könnte das sein? Flugwirrwern, ne Ketsu? Ne, Ketsu. Ein Ketsu. Ist das ein Ketsu? Was anderes würde mir jetzt gerade nicht einfallen. Das wäre ja krass, ein Überkeetsu. Das würde mir gefallen. Äh, verlassen. Das wäre ne ziemlich coole Sache. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Pulsierende Flugwirrwern. Also ne Flugwirrwern ist es definitiv. Was auch immer das pulsierend heißt. Ach, wie krass. Das hat sich ja mal zu 100% gelohnt. Vor allem, wie gesagt, das ist halt gleich so ne heftige Art. Ich geh davon aus, dass es ein Ketsu ist. Wo ist denn dieser Zamtrios? Dort hinten. Oh, hä? Bin ich da jetzt nicht ein Scheiß hinlang gelaufen? Ich glaube schon. Weil auf der Hand, der Hase ist da auch immer. Wobei, dann hätte ich ja den seltenen Monsterbaum nicht gefunden. Also von dem her war schon alles richtig so. Da bin ich dann aber mal echt gespannt. Oh, vor allem, wenn wir den Zamtrios haben, dann können wir ja auch schwimmen. Stimmt ja. Nein, nein, nein. Ich will die in den Hintern beißen. Nein, nein, nein. Böser Frosch. Yes. Nice. Sehr schön. Okay. Da sollte es gut Schaden machen. Ich bin gerade im Überlegen. Greife ich direkt an oder mache ich den Dings? Ich darf ihn nicht. Okay, du machst eh Kraftaufladen. Naja. Tötiges Tackling kann ich nicht machen. Das heißt, ja. Ich kann jetzt leider nicht. Weißt du, was ich mir so dachte? So, hm, vielleicht? Genau das macht er jetzt auch direkt. Die größte Frage ist jetzt halt, ob das so viel bringt. Weißt du, am besten bringt halt auch nichts. Ah, und ich mache nie, weißt du, wenn ich die drei Dings, wenn die drei Zermiten da sind, könnte ich doch immer das Niedermähen machen. Muss ich dringend an denken. Na gut. Wir haben mal einen Kraftangriff raus. Schadet ja auch nicht. Na, 38. Oh, der Wechselbalk. Ich habe ja ein bisschen Angst. Ich hoffe mal, du machst das gleiche Kraft. Soll ich auf Obelix hören? Soll ich auf Obelix hören? Wenn es nichts ist, ist es nur neutral. Es kann aber halt so gut sein, wenn es jetzt funktioniert. Oh nein. Komm schon, Obelix. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du weißt, was der Froschheit tut. Yes. Oh Gott, Obelix. Nice. Sehr schön. Oh, das wird so viel Schaden machen. 227 Schaden. Oh, meine Güte. Wow. Okay, du greifst nichts an. Eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du die Eisrüstung machst. Ich habe Technik gemacht. Na, ich mache jetzt wieder Kraft. Hilft der Nächste oder bringt der nichts? Ja, da kommt die Eisrüstung. Perfekt. Sehr schön. Oh, sehr, sehr schön. So, jetzt bin ich gespannt. 164 Schaden. Wow. Das arme Biest. Es kann gar nichts tun. Ja, da kommt jetzt halt die... Das ist jetzt die große Frage. Weißt du was? Ich glaube, es bringt mehr, einfach Obelix anzufeuern. Ja, da kommt jetzt halt der Eisatem. Ich habe ein bisschen Angst. Zack. So. Und 85. Ja, okay. Geht. Ah, da kommt der Frost atmen. Wie viel macht das? Obelix müsste resistent dagegen sein. Ja, 29 geht jetzt. Das ist jetzt nicht so schlecht. Okay, ich vertraue nochmal auf dich. So, mein Gott. Ja, und er hat den Dings. Er hat den Kraftbonus. 206 Schaden. Wow. Und die Bindung voll. Oh, Kraftkler. Oh. Nicht gut. Man sollte den, der ist nicht aus der Hand legen bei sowas. Zack. Nice. Und halt genau, genau das meinte ich halt. Ja, du wirst nicht die Eisrüstung machen. Aber es bringt nichts jetzt zu reiten. Dann fehlt uns halt ein Angriff. Das ist halt das Blöde. Hatte ich schon? Kann ich jetzt auf Technik gehen? Ich weiß, weiß gar nicht. Hatte ich jetzt zweimal Kraft hintereinander? Nee, bloß einmal, oder? Ich glaube schon. Ich weiß halt nicht. Ah, wobei, ich glaube, es bringt mehr, wenn ich selber angreife. Wobei, auf der anderen Seite, es hält er zwei Runden, wenn ich ihn dann halt in der ersten Runde gleich buff. So, zack. Nochmal 66 Schaden. Du bist schon schwach. Wow. Das ist halt die heftigere Variante. Ich meine, ich vertraue auf dich, Obelix. Ich vertraue auf dich. Ja, schade. Hätte eh nichts. Oh, da war die Kombo. Ja, klar. Hätte ja eh nichts gebracht. Naja, schade. Wobei, die Kombo hat es dann halt jetzt trotzdem nochmal gerissen. Sehr, sehr schön. Wow. Da sieht man, wie Obelix aufräumt. Wenn man es halt richtig macht mit ihm. Dann kann da halt gar niemand was dagegen tun. Weil er so viel Angriff hat. Ah ja, ich muss ja immer noch das Team wechseln. Stimmt ja. Naja. Jetzt bekommen wir halt immer noch die Monster, die eigentlich gar nicht das bekommen sollten. Das Zeug. Egal. Wir bekommen vielleicht eh neue Partner. Das ist halt das. Weil wenn ich jetzt auch noch einen Ketsu dazu habe, werde ich eventuell den benutzen. Zurück ins Wasser. Ziel erreicht. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, ja, gehen wir gleich wieder zu. Also, es ist so dämlich, dass es hier keinen Punkt gibt, an dem man einfach direkt rüberkommt. Das braucht immer so lange. Weil jetzt muss ich ja wieder ins Dorf und einmal außen rum. Wir brauchen dringend den Zamtrius, damit wir schwimmen können. Zumindest gehe ich halt stark davon aus, dass dafür der Zamtrius da ist. Wir werden sehen. Aber wie gesagt, wir geben nochmal kurz die Quest ab. Und dann brüten wir die Eier aus. Und da bin ich mal echt gespannt, was dabei herauskommen wird. Ich glaube aber, dass ich hier dafür dann doch eher Blue benutze. Ist einfach, wie gesagt, eine sehr viel angenehmere. Weil es halt einfach ruhiger ist. Es ist entspannter. Und nicht die ganze Zeit dieses Rumgeschraube. Das macht dann irgendwann so ein bisschen fertig. Haben wir nicht eigentlich auch eine Waffe, die wir relativ... Ah, das war Absoros, nicht wahr? Das war die Knochenwaffe, die wir benutzen könnten. Das braucht ja auch nur eine Weile. Also, dafür müssen wir in die Wüste. Ich wusste nämlich, dass es irgendein Monster gab, das wir relativ leicht bekommen können. Aber wenn das natürlich das ist, dann bringt das gar nichts. Ja, hm, blöd. Bisher können wir allgemein nicht wirklich viel machen. Wir brauchen Nassilla bei einer Sache. Wir brauchen... Äh, da Imo bei einer anderen Sache. Ich weiß gar nicht, was noch... Ja, wie gesagt, dieses Absoros für die Waffe jetzt, glaube ich. Nassilla brauchen wir, glaube ich, für die Rüstung jetzt. Und bei einer anderen Sache bin ich mir gar nicht hundertprozentig sicher. So, war das dann hier die letzte Quest? Ja. Während du weg warst, habe ich mich ausgerucht und fange an, mich schon viel besser zu fühlen. Dankeschön. Ja, gib mir einfach die Fähigkeit. Dann ist alles gut. Ähm, beruhigt Herz und Seele, schöpft dein Potenzial aus. Meine Aufgabe ist jetzt beendet. Brrr, außerhalb des Wassers ist so kalt. Bleibt ja wahrscheinlich für den Rest deines Lebens drin sitzen. Okay, wer bist du eigentlich? Kranke Jägerin. Du willst aber gar nichts von mir. Na gut, damit haben wir die heißen Quellen auch abgeschlossen von den Quests. Hoffe ich zumindest, dass es hier keine mehr gibt. Und ich denke auch mal, dass es keine mehr im ersten Dorf gibt. Ich habe vergessen, wie ich es sah. Ah, Kuhm, nicht wahr? Ich denke schon. Ähm, ich schätze mal, dass es dort auch keine mehr gibt. Und deswegen kommen wir daher langsam voran. Es ist halt immer schwierig, weil man muss immer alles abscannen an den Quests, weil es wird ja nicht auf der Karte angezeigt. Das finde ich immer noch ein kleines Manko an dem Spiel, dass Quests nicht auf der Karte angezeigt werden, weil das wäre echt wichtig, um zu wissen, ja, wie es denn aussieht mit den Quests. Ob es noch irgendwo welche gibt. Und in solchen größeren Dörfern ist es halt echt immer dämlich, überall hinlatschen zu müssen. So, Schmetterling. Na, also. Wir haben zwar wieder unsere kompletten Blitzkäfer rausgehauen, aber ich hoffe mal, dass der Nächste nicht gleich wieder welche haben will. Hauen wir uns das hier noch. Und dann gehen wir schnell rein. Holen uns die neuen Begleiter. Und dann können wir uns schlafen legen und dann eigentlich beenden. Und dann gehen wir das nächste Mal durch den Witterwendetunnel. So, ja, ich weiß, dass wir Eier haben. Die bekommst du jetzt auch gleich. Wie viele eigentlich? Vier Stück? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oh, sogar fünf Stück. Krass. Okay. Oh, wow. Du bist ja richtig. Du bist richtig aktiv. Okay, wir haben die Gefreunde. Reißst du am besten hier zweimal? Okay, ja, ja. Die sind alle neu. Okay. Na, da bin ich mal gespannt. So, schauen wir mal ins Erste rein. Was bist du denn? Allgemein relativ viele Chancen auf, weder gar nichts, eine Verteidigung plus zwei. Relativ viele Chancen auf Langombi. Ah, ein bisschen Verteidigung. Wow. Das war ein bisschen nur Verteidigung. Nur Verteidigung. Das ultimative Verteidigungsmonster ist ein Langombi. So, Langombi wurde geboren. Sehr, sehr schön. Und für dich haben wir natürlich auch einen Namen. Und zwar... Da. Gleich der erste Vorschlag. Äh, ja. Will ich umbenennen. Und zwar wirst du nicht Langombi getauft, sondern... Öh, Hilfe. Da. Sondern... Oh. Äh, äh. Jetzt nur nichts falsch schreiben. So, sondern Pandaman. Genau, Pandaman. Perfekt. Yep. Willkommen im Team oder in der Familie, mehr oder weniger. In der Familie, wo wir nicht Monster einfach so zerfleischen werden. Willkommen in der Familie, Pandaman. Sehr schön. Im Langombi-Bau. Ich meine, das muss auch ein Langombi sein eigentlich. Schönerweise haben wir gleich nochmal einen Namen von Langombi. Es ist echt ein krass beliebtes Monster. Neben Nagakuga das beliebteste Monster. So, äh, okay. TP. Angriff. Und... Es wäre jetzt zu witzig gewesen, wenn wir in Langombi-Bau jetzt einen Boot rumbekommen hätten. Aber passt ja. Perfekt. Ja, natürlich will ich dich umbenennen. Und zwar wirst du... So, wenn ich doch nur schneller schreiben könnte hier. Wirst du Nixios. Der zweite Langombi in der Familie auch an dich willkommen. So. Okay, und jetzt kommen die besonderen. Ich meine, du bist entweder ein Bulldrom oder ein Langombi, aber du müsstest eigentlich gefrorene Amphibie. Ich meine, muss ein Zamtrios sein. Komm schon, gib mir irgendwas Gutes. Gib mir irgendwas Gutes. Gib mir irgendwas Gutes. Verteilung plus zwei. TP plus drei. Ich habe das Gefühl, wenn man selber tippt, statt A zu drücken, bekommt man öfters Effekte. Kann aber bloß Einbildung sein, ja. Ja. Hey, Angriff plus eins. Wow, ist selten. Yes. Komm, nochmal. Nochmal Angriff plus eins. Na also. Immerhin. Und du bist ein Zamtrios. Der ist niedlich in klein. Zwar gruselig, aber trotzdem niedlich. Äh, ja. Wie nenne ich dich denn jetzt? Das sieht voll scheiße aus. Das sieht so aus, als würde der Sattel direkt runterrutschen. Das, nee. Hätte man die nicht hinter die Fände? Ja gut, dann sieht man nichts, nicht wahr? Hm. Wie nenne ich dich? Das ist die nächste Sache. Äh, ja. Ich will ihn umbenennen. Jetzt muss ich mal wieder kurz nachdenken. So, ich denke, ich habe einen Namen gefunden, der ganz gut zu ihm passt. Ähm. Ich habe eigentlich auch nicht lange darüber nachdenken müssen. Und zwar nenne ich ihn Jaws. Also theoretisch der englische Name für den weißen Hai. Ähm. Und, ja. Da er allgemein im Englischen, soweit ich weiß, auch einfach bloß als Jaws bekannt ist. Oder halt der Film und der Hai an sich. Äh. Ist das hier Jaws. Weil es ist ja der Froschhai. Finde ich passt schon ganz gut. Wunderschön. Haben wir Jaws im Team. Das ist eigentlich nie verkehrt. Den Hai lieber auf seine Seite als auf der gegnerischen Seite haben. So. Nächste Reißzahnbestien. Verteidigung. Oh, wow. Vielleicht zweimal Verteidigung. Na also. Da mache ich jetzt gerade bloß mal A. Ist mir aber grundlegend auch fast egal, was das für ein Ding ist. Und beim nächsten ist es interessant. Ein Bulldrom. Oh. Das sieht so niedlich aus, das Kleine. Das kleine, süße Bulldrom. Ähm. Da sich jemand ein Bulldrom gewünscht hat, können wir den natürlich auch gleich zur Seite legen. Äh. Nein, will ich nicht. Du bleibst einfach im Bulldrom. Und jetzt nehmen wir hier das hyperaktive Ei. Ich glaube echt, du bist ein... Ja, stimmt. Das ist auch so... So Perlfarben, sage ich mal. Perlfarben und rosa. Das ist bestimmt so ein Schwabelkezu. Die Frage ist, roter oder normaler? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal super gespannt. Komm schon, ein paar gute Werte. Wenn du gute Werte und gute Fähigkeiten hast, dann bist du sowas vom Team. Egal, ob du ein Kezu bist oder nicht. Ne. Okay. Na, also. Yes. Ja, komm schon. Da geht noch mehr. Na, schade. Und du bist ein... Ein Kezu. Krass. Der sieht voll süß aus, weil er so pummelig ist. Voll der Pummelkezu. Irgendwie ja schon niedlich. Ich meine, Spät ist er nicht mehr ganz so niedlich. Aber ich meine, ich mag Kezu. Muss man jetzt sagen. Also ich finde, manche mögen ja Kezu nicht so unbedingt. Ich finde ihn eigentlich nicht so schlimm. Und es ist ein richtig cooles Fähig jetzt. Wir haben jetzt halt... Okay, es ist ein Techniker. Ich hätte nicht ganz gewusst. Ich hätte nicht gewusst, ob Kraft oder Technik. Aber ich habe so das Gefühl, wenn... Wenn die Monster oder wenn die Entwickler nicht ganz wussten, was für ein Monster das jetzt sein soll oder was sie nehmen soll bei ihm, dann ist halt Technik. Weißt du? Also, okay. Es gibt starke Monster. Es gibt schnelle Monster. Es gibt halt halt die Monster, wo man nicht wirklich sagen kann, was sie sind. Die sind halt Technik. Ja, natürlich will ich ihn umbenennen. Und da muss ich nochmal kurz einen Moment überlegen. So, und auch für dich habe ich einen Namen gefunden, der eigentlich ganz gut zu dir passt. Und zwar nenne ich dich jetzt... Gray. Ich meine, die meisten Leute werden ihren Kezu wahrscheinlich irgendwas Anzügliches nennen. Ich habe das Ganze jetzt in gewisser Weise umgangen, indem ich ihn jetzt Gray genannt habe, das natürlich auf der einen Seite dafür steht, dass er grau ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch der Name des Hauptcharakters von Fifty Shades of Gray. Und ja, ich denke, das passt eigentlich ganz gut zu diesem sehr merkwürdigen Biest. Und deswegen nennen wir ihn Gray. Perfekt. Sehr schön. Jetzt will ich aber nochmal gucken, was Gray so kann. Weil der sieht krass aus. Äh, ach Gott, jetzt haben wir schon zwei Seiten. Meine Güte. Gray muss auf der eigenen Seite sein. Hahaha. Ach, der Arme. So. Ähm, erstmal will ich gucken, was du allgemein kannst. Gebrüll. Drücke B, um zu brüllen. Gebrüll ist ein Schrei aus. Der schwächere Monster verjagt. Stärker können aggressiv reagieren. Oh, das ist interessant. Voll auf Funken. Fügt allen Gegner leichten Schaden zu. Ein Funkenangriff von oben, der für drei Runden Lähmung erzeugt. Wow. Nette Sache. Gebrüll, klar. Äh, ach ne. Gebrüll hat eine Chance, einen Gegner für eine Runde umzuwerfen. Auch nicht schlecht. Blindheit aufheben. Ja, klar. Blindheit hat keine Wirkung auf dich. Hätte mich auch überrascht. Lärmstärke plus 1 erhöht. Gleich die Chance, Lähmung zuzufügen. Oh. Und Lähmung aufheben. Okay. Sehr, sehr schön. Das alles geht, Bingo. Damit hat er wieder Max TP dazu. Das ist natürlich echt krass. Jetzt kommen wir nochmal kurz auf die Gene gucken. Aktive Fertigkeit Gebrüll. Okay. Dann hier Blindheit aufheben. Lähmstärke und Lähmung aufheben. Ja, okay. Das sind die Sachen, die es immer gibt. Ähm. Blindheit aufheben wäre natürlich Anti-Erblindungs-Gen. Ja. Wäre natürlich cool, das auf andere Monster zu geben. Aber es passt halt zu ihm. Weil er kann nicht erblinden. Das wäre Blödsinn, wenn er erblinden könnte. Sehr, sehr schön. Damit haben wir richtig gute... Äh, einen richtig guten Ketsu. Das gefällt mir sehr gut. Jaws ist an sich auch nicht schlecht. Also, da sage ich jetzt auch nichts dagegen. Da muss ich mir echt mal überlegen, was ich mal mit meinem Team mache. Ich meine, der Hase kommt raus. Wir packen Jaws rein. Statt's Money. Und dich statt ihm? Was haben wir denn jetzt? Wir haben Geschwindigkeit, Technik, 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 Stärke. Drei-Technik. Das ist das Problem. Will ich Balou drin haben? Will ich... Aber wen will ich raus haben? Mir gefallen die beiden Techniker nicht. Also die drei Techniker. Die sind zwar cool, aber sie alle drei dabei zu haben, ist, glaube ich, ein bisschen blödsinnig. Wobei auf der anderen Seite kann es natürlich auch immer helfen, verschiedene Elemente zu haben. Was kann denn jetzt eigentlich? Das haben wir noch gar nicht nachgeguckt. Was kann denn das Jaws eigentlich? Schwimmen, oh ja. Drücke A, um in flachem Wasser zu schwimmen. Schwimmen nur frei... Äh, schwimmen nun frei herum. Drücke A, um A herabzusteigen. Oh, perfekt. Monstersuche, okay. Und Frostgrund. Fügt allen Gegnern Schaden zu. Sammelt in aufgeblasener Form Eisenergie. Und setzt sie als Frost frei. Oh, das ist cool. Okay. Dann müssen wir uns noch deine Gene angucken. Zamtriosgen. Ausbreitender Frostatem. Und die Kälteabwehr. Ja gut, sollte er eigentlich haben. Kälteabwehr, ne? Ja, das sind die beiden. Nee, dann will ich nur deine Fertigkeiten angucken. Genau. Ich weiß nicht, ist das der ausbreitende Frostatem? Ich habe halt keine Ahnung, was das heißt. Fügt allen Gegnern Eisschaden zu. Geringe Chance auf Fähigkeiten-Siegel für drei Runden. Das ist Fähigkeiten-Siegel. Ah, okay. Dass Fähigkeiten nicht mehr aktiviert werden können. Und Typ ändern. Das ist Kälteabwehr, ja. Okay. Passt. Natürlich kein Bingo, leider. Aber so an sich ziemlich gut. Das ist halt echt nur die Frage. Wir haben Geschwindigkeit, wir haben Stärke. Und halt theoretisch dreimal Technik. Weil du bist ja auch Technik. Du bist auch Technik. Und Kutku ist ja auch Technik. Große Frage. Ich würde es mal vorerst so lassen. Weil die beiden gefallen mir eigentlich sehr gut. Vor allem Gray hat halt, wow. Hat halt auf Stufe 1 schon 119 TP. Das ist halt so stark bei den Dings. Bei den seltenen Wivern. Gerade mit dem Bingo. Wenn das untere jetzt noch gelb gewesen wäre, hätten wir ja nochmal ein Bingo dazu bekommen. Das hat er hier. Er hat ja so ein Technik-Bingo noch dazu, nicht wahr? Genau, das Technik-Bingo. Technik-Schadenangriff erhöht. Das ist ja das. Deswegen ist er eigentlich auch nochmal stärker. Ja, also wäre cool gewesen, wenn das untere nach unten gewesen wäre. Für den Stromangriff dazu oder sowas. Aber auch so ist er schon sehr stark. Es ist jetzt halt nur die Frage, wie wir es machen. Entweder tausche ich einen von denen nochmal gegen ein Stärke-Monster. Das wäre dann wahrscheinlich Balou. Oder ich lasse es so. Dass Balou immer noch meinen... Ich meine, ja, grundlegend wäre natürlich der Merzhase auch stark. Ich meine, 99, 59, 53. Ja, hat halt mehr Verteidigung. Wobei er natürlich auch noch vier Stufen davon weg ist. Muss man ja auch sagen. Also, ich denke, der Merzhase wäre stärker als Dings, als Balou. Aber ich mag Balou einfach mehr. Das ist das. Jetzt bei den drei kann ich mich echt nicht entscheiden. Da könnte ich keinen wegpacken. Obelix mag ich auch sehr. Eigentlich auch mehr als Balou. Das passt. Außerdem ist er halt verdammt stark. Deswegen, vielleicht lasse ich es so. Vielleicht lasse ich es wirklich so. Dann habe ich zwar drei Techniker drin. Aber drei Techniker, die ich halt jederzeit so benutzen kann, wie ich sie will. Und wenn es schief läuft, hole ich mir vielleicht einen Megaman sogar noch dazu. Für die Eishöhle halt. Das ist das. Weil zwei Feuer-Monster wäre da gar nicht schlecht. Ich glaube, da kann ich jetzt so ein bisschen tendieren. Aber wahrscheinlich bleibt es bei drei Technikern ein Stärke und ein Geschwindigkeit. Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir sehr, sehr gute Monster bekommen. Wir belassen es mal dabei. Ja. Weil ich glaube, unser Iron Man kann auch alleine gegen Ketsu kämpfen. Okay. Amphibien Rider Plakette. Sehr schön. Und damit sind wir doch heute mal wieder sehr weit gekommen. Wir haben sogar einen Ketsu bekommen. An sich müssten wir jetzt nochmal suchen gehen. Für einen roten Ketsu. Wobei ich noch nicht ganz wüsste, wie ich den nennen soll. Aber wie gesagt, für einen roten Ketsu müssten wir nochmal suchen gehen. Weil der fehlt dann wahrscheinlich auch noch. Beziehungsweise den können wir dann eigentlich auch direkt freischalten. Aber das machen wir dann auf jeden Fall erst das nächste Mal. Wenn es dann weiter geht mit Monster Hunter Stories. Wenn wir dann endlich in den Eistunnel gehen und den Ketsu platt machen. Denn jetzt haben wir heute sehr viel uns auch wieder um die Monster gekümmert. Wir haben neue Freunde dazu bekommen. Wir haben das Felsbad gereinigt und einige Quests gemacht. Also von dem her, es war halt mehr so ein bisschen wieder langsames Gequeste und Gefarme und sowas. Wir haben aber auch wieder viel gesehen. Drei neue Fertigkeiten von unseren Theodisch drei neuen Monstern. Jetzt haben wir wieder zwei neue, die ihre Fähigkeiten präsentieren müssen. Aber das kriegen wir denke ich sehr gut hin. Weil es sind ja beide sehr starke Monster. Die wir definitiv auch gut einsetzen können. Und ja. Ich bin mal gespannt, wie es das nächste Mal weitergeht. Wie stark der Ketsu sein wird in der Höhle. Und ob wir mit dem Team da tatsächlich klarkommen. Ich hoffe es mal. Wir müssen auf jeden Fall dann das nächste Mal noch ein bisschen farmen. Dass die anderen auf Teamniveau sind. Ansonsten könnte das ganz schnell, ganz schlimm enden. Aber ja. Wie gesagt. Dann gehen wir das nächste Mal durch den Winterwendetunnel. Und kommen dann wahrscheinlich auch schon bei den Jägern raus. Beziehungsweise in der Jägerstadt. Und können dort mal schauen, was so los ist. Aber ja. Wie gesagt. Das dann erst das nächste Mal. Also dann. Ciao.